Grüße gehen raus an euch da draußen, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brickrails mit dem Bruce und dem Ralf Ey, 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 stopp, stopp it, stopp it, no, stopp it, ihr müsst überhecken, bitte, oh, wie schirrt, was ist da los? Halt, stopp, Helikopter, halt, stopp Oh shit, alles klar, okay, falsch schon Ich glaub, mein Helikopter und ich, wir werden keine Freunde Jesus, schieß Tschüss Okay, yo Bruce, machst du mal erklären, was wir in der heutigen Folge tun Also, wir versuchen, dass einer in einem Fluggerät ist Also, sprich Heli oder Flugzeug und einer auf dem Boden mit einer Anti-Air und der im Flugzeug versucht, den Typen in der Anti-Air zu kehren und umgekehrt Sehr gut, das klingt ja schon mal richtig gut, warte mal, ich nehm auch einen Dessertwurm Okay, würdest du dich dann mal um die Fahrzeugauswahl kümmern als auch um wer denn jetzt die Person ist, der als erstes wen, wo, du weißt schon Mach einfach mal was Also, fliegen wird schwer hier Ja Achso, ist ne, haben wir Chats oder wie Wir können auch Helis nehmen Ja, warte mal, vielleicht haben wir auf der Map noch ne bessere Ich weiß zumindest Doch, doch, du kannst das Spawner nicht reinsetzen und ich hab hier unten so ne, so ne, ne Fläche Die hab ich schon mal in der Map gespawnt Alles klar, ich hab nämlich einen, den ich gerne mal versuchen möchte Den ich schon getestet habe Ja, ich muss ihn jetzt mal finden in meiner Liste Ich mach mal in der Zwischenzeit mal hier den Raketen herfahren Wo ist denn der? Äh, 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 äh Hast du gewusst, dass du mit dem Mausrad ähm, schneller und langsamer äh, die Kamera schneller und langsamer machen kannst? Wenn du in der freien Kamera bist? Nö So, das hier ist die schöne Dame Uh Ich schau gerade aus meinem Rohr hier raus von meinem Granatwerk Okay Okay Ja, schönes Ding Darf du, darf ich mal Steig du mal aus, bitte Ist ein le französisches Flugzeug so wie es aussieht Hat aber amerikanische Sterne auf dem, äh, Ding Danny Boy Ich porte mich mal unten links in die Ecke Ja, versuch mal dich in die Luft zu porten mit F, ob das überhaupt geht Und dann kannst du ja direkt Hier unten ist so eine Art Landefläche Also hier haben wir eine große gerade Fläche Ich hol mal die Ante und komm zu dir, ne? Genau, genau Oh, Längen ist hier aber nicht so, ne? Da sind wir auch verschiedene Äh, ist gewöhnungsbeschäftig, ja Ja, ich muss echt aufpassen So, ich, äh, hab hier auch voll die Kraft Und hier Oh, shit Aber rückwärts kann das Ding auch Ja, nice Wo bist du denn? Da hinten Hunden links, gönig Hallo Ja, sehr gut Das ist um abzuheben Ich glaube, du stellst den Weg plus Ja, dich hör mal gleich, knigge Warum fliegt denn jetzt, was ist denn jetzt los? Aber ich finde, ich finde ja auch geil Das ist bei mir, bei der Ammo-Box Da steht aber immer drauf, nicht werfen Ist das mein Rotor hier vorne? Ja, geht da nicht mehr? Ja, dieses kleine Ding Oh, shit Der Kacktot Warte, ich schieße jetzt mal die Kacktänen weg Für die Oh, das Wie habe ich mich denn selbst hier wegmanövriert schon wieder? Wie habe ich das denn geschafft, ey? Okay, let's Kacktänen Kacktänen Oh, Jesus What the fuck Okay Die Kacktänen sind auf jeden Fall nicht mein Freund heute Ich versuch schon so gut wie möglich, Kacktänen aus dem Weg zu Hier ist noch einer hier rechts Ah, komm Ah, cool Ich krieg die sogar auch weg Okay, jetzt nur die Frage Wie hebt man hier ab mit dem Ding, ey? Du kannst, äh What the fuck Schon wieder, ey Warte, oh shit Komm, geh du mal ins Anti-Air-Ding und ich geh mal ins Flugzeug Wir versuchen nochmal umgekehrt Weil ich mit dem Brennt einfach vom Warum hat man länger im Brennt? Okay, pass auf Hast du mich abgeknallt, oder was? Nein, nein, niemand Ich versuche jetzt das hier Ah, okay Okay, aber ich muss höher What the fuck, Alter? Oh no, warum bin ich ausgestiegen? Du bist im Kampf gefallen Wo ist denn der Stuhl jetzt? Hier sitzt du nicht mehr drauf? Nee Wo ist denn der Sitz? Ich kümm mich um die Kakteen Mach das Ich glaube, den muss ich neu spawnen hier Ah, ich will kein Kakteen Kakteen, Mann, gegen Kaktus Pass auf, ich muss den Flieger neu spawnen Aber ich komme, äh, angeflogen, Mann Okay, ich kümm mich um die Kakteen Ah, fast Wir sind die ganze Familie, Mann Rest in Peace Unser heutiges, äh, Hashtag Für die Folge Kaktus Kakteen Kakteen Ja, 1,2 Ist leichter zu schreiben, weißt du? Kakteen Schreiben sie wieder mit Ä Oder sowas, die lieben Zuschauer Weil ja alle Grammatik-Spastiker seid da draußen Ja, also manchmal ist schon echt grauenhaft Ja, ja, also manchmal ist es echt schlimm Ich habe auch schon gelesen So, ich bin in der Luft, ne? Alles klar Die Frage ist nur, für wie landet Die Frage ist, wo Boah, du scheiße Die Frage ist, wo du bist Wo bist du überhaupt? Fliege jetzt über die Wüste Alter Schwede Also Flugzeuge im Markt ist Und jetzt bin ich gegen diese Wand Kannst du mich schon sehen? Hast du das gesehen? Ah, natürlich Wie geil war das denn? Ich sehe dich nur im Bogen so rumfliegen Auf einmal Boom-Tot Ich muss doch nicht mal schießen, ey Das ist ja Das ist ja super hier Warte, wir machen es ja die Besten Das ist ja Beste Folge Über die wir Ach ja Achso, im Übrigen Ihr könnt auch Hashtag Kakteen schreiben Aber bitte nur, wenn ihr sicher seid Dass ihr schreiben könnt Oh, kam die Katze Yes Oh nein, du hast mich selbst gekillt, ne Warte, das ist voll schwer Ey, ich will jetzt auch mal fliegen Wie machst du das denn die ganze Zeit? Warte Ich sitz mich einfach mit Bremsen Kann ich da mit rein? Oh, komm, bleib hier Nee, komm, bleib hier Warte, warte, warte Doch, 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 doch Von dir Ja, Passage, bin drin Hallo Okay Pass auf, wir fliegen jetzt ne Runde, ja? Alles klar Warum mach ich das immer so? Okay, 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 nice, nice Krasser Sturzblub auf jeden Fall Ruckelt er gar nicht, ich glaube Mit dem Sinken und Fliegen Ist schon ein bisschen komisch hier gerade Blöse es denn, dass du die Kamera nicht dringen kannst Du ja mit dem Fliegen Ja, bei mir ist hier alles voll krass Und abdrucken, Alter Echt? Bei mir fliegen wir gerade mega schön Ja, ich glaube es liegt daran, dass du Fahrer Oder Pilot bist oder so Also der Sink Ja, wir gingen gleich Mega mäßig drauf, so Ah, nice, 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 ja Der Sink ist noch nicht so Ich glaube ich Okay, Pass auf Ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein anderes Flugzeug nehmen Könnte ich ein anderes nehmen? Oh! Hallo Jetzt über dich da fliegt, da fliegt Feuer, Feuer Und dann haben wir Ja, shit, das ist ja Okay, ich wollte noch einen anderen Flieger Ah, das war wirklich fliegen Wenn du einen Flieger hast, kannst du ihn natürlich auch zeigen Ja, ist halt auch noch Nee, ich habe gar nichts Ich habe gar nichts hier Gar nichts, du kannst gar nichts Pass auf Ich habe nämlich noch Ich weiß aber nicht, ob der funktioniert Ich habe ja nur diesen komischen Heli, den ich am Anfang schon geflogen bin Ich habe einen ganz komischen Ich habe auch ein Sternensystem Ja, hau raus Das Sternensystem? Das ist voll lame Was, ein Sternensystem? Ja, guck Ja, dann lieber Ja, pack einfach aus Wir sind überrascht Liebe Zuschauer, oder? Uh Ah, ah, ich sehe Jetzt kann ich Gas geben Und das Aber was auch Das Ding ist sogar noch genau Weil irgendwann Sind die wieder an der geraden Linie Oh Pass auf Ja, also einen Planeten hast du schon verloren Ich weiß noch nicht welchen Ja, das ist unwichtig Das sieht aus Wie so ein Fahrgeschäft Auf einer Kirmes Wo du dich einfach nicht reinsetzen willst Na ja, steht da was Wie bescheuert Ja, ich bin sehr stolz darauf Oh Leute Die steht wieder auf mich Ja, ich habe doch gar nichts gemacht Hi Na scheiße Fuck you, Alter Hier einfach wieder hier in die Safe-Sound reingeht In die Safe-Sound Ich habe noch einen komischen Helikopter Den wollte ich auch noch testen, aber Ja, schuld Give it to me Der hier Da könnte etwas los sein Ja, das What the fuck What the fuck Ich habe keine Ahnung Ich meine, keinem hängt irgendwo Ja, bei mir ist auch gerade Freezing-Time angesagt Ja, ich glaube, der ist gerade am Laden Ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause Bis es geladen hat Ja Ich war noch gar nicht auf Holy shit, Alter, warte Yeah Leute, hat ein bisschen Hat ein bisschen das Game gecrashed gerade Wir sind wieder da Ich habe hier mal ein Flugzeug gespawnt Das ist aber ein Standardflugzeug Das ist nichts Besonderes hier Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das Lenken ist noch ein bisschen Das Lenken Hey Oh Leute, ich habe den getroffen Den abheben Okay, pass auf Ich wollte auch noch was Wenn die das groß sind Das wäre blöd, ne? Das Lenken ist halt nur diese Ich komme nicht mehr zurück zu dir Was ist hier los? Tschüss Das ist schön, dass ich Gas geben kann Aber Ich werde auch gerne wieder woanders hin Oh, ich glaube, wir landen Na ja, wo man das anwählen kann Wo bist du denn? Ich bin RIP Hallo Okay, machen wir jetzt eine Flugshow oder was? Den kann man sogar einigermaßen fliegen hier Ja, ich bin hinter dir Ah ja, komm mal hier zu mir, please Oh, oh, oh Wir drehen wir gar nicht anmachen Wir drehen wir gar nicht anmachen, wie geht das? Nein, 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 nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter Ah, damit Ich lebe noch Warte, warte, warte Du lebst noch? Ja, ich kann noch drin Landung Ich bin ausgestiegen Ja, 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 ja Sehr gut, Fuß Hey Ich bin gekommen, um dich zu reden Ciao Ciao jetzt ab und rein Wir können ja voll kurz rumfahren Ja Ja Nein Lenke Alle, ich bin jetzt Zivilist Das ist ja voll uncool Du bist voll uncool Wo bist du, wo? Olek, da drin Gunnery Nein No Wir sind wiederbelebt, der kleine Schräger Ja, bei mir Wir haben ja rausgebracht Weißt du, was wir auch mal machen können? Wir uns auf der Desert Map Uns gegenseitig suchen Das dauert ja überhaupt nicht lange Ja, ähm Ohne Map oder so Ja, gar nichts Ah, Leute Guck mal, ich kann ja eine Waffen wegnehmen Oh Scheiße, kannst du Oh, jetzt bin ich ja ganz am Spawn Alles klar, Leute Das war unsere Die of the Map Nee, das war auf jeden Fall Die of the Map Also sehr Du darfst dann 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 nicht vergessen Dass wir am Anfang eigentlich vorhatten Mit Flugzeugen und Flux Halt dir eher Irgendwas zu machen Wir landen am Ende Auf der Ebene Map Wo gar nichts ist Ballern uns die ganze Zeit über den Haufen Und labern Bullshit Ey, mal eine sehr erfolgreiche Glückwunsch-Folge wieder heute Kann doch besser werden Komm Spawn doch mal irgendwas Wo wir Wo wir ein bisschen rumfliegen können Das kann aber nicht wahr sein Irgendwas zum rumfliegen Oder liebe Zuschauer Ihr habt doch auch Bock Wir wollen doch nicht schon mehr aufhören Bisschen was zum rumfliegen Ich fand den gar nicht so stark Den du gerade hattest Aber ich bräuchte den halt auch mal Holy shit Nice, den hab ich Meiner, meiner, meiner Achso, du bist ja schon drin Ja, nehm ihn Nice Ich weiß noch nicht, wie der fliegt Äh Nee Oho Fast Ach komm Meiner hat die Bazooka verglitscht Nee, nee Ich hab die voll weggenommen Ich hab die aufgehoben Als sie gestorben ist Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ich bin ausgestiegen Ciao Das ist der Haley jetzt Oh, oh Hinterm Haus Ich hab immer Gehört, pass auf Ich hab noch was anderes Du musst den normalen Spawnen Ich hab mich kaputt gemacht Achso Achso Wobei ich, oder? Ja, nice Wobei steht der andere jetzt noch hinterm Haus? Nee, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal Wie man da Ah doch, der steht noch hinterm Haus Sehr gut Ah, Jesus Christ Ich bin ja vorhin im Ekulieren Ja, ich bin ich hier gespawnt Warte, ich flieg jetzt mal weg Nee, ist okay Ich fahr grad durch die Mä Warte, ich hab noch was anderes Okay, ich bin, ich bin raus hier Ich bin raus Ich hab noch was anderes Ich brech Was ich unbedingt auf der Map mal testen will Ach, komm Oh, Leute Wir sollen dann vielleicht mal ein Vehicles clean Yo, bin safe raus hier Bin safe raus Okay, ich kann fliegen, dann ist gut Okay, ich bin tot What the fuck war das, Alter? Ja, eben Komm, was ist das denn? Das? Das ist ein Speed Racer Bye, bitch Alter Alter, fuck, Alter Aber mit dem Helikopter kann man einigermaßen fliegen Der ist gut Pass mal auf Steig mal in dieses weiße Ding hier rein Und drück einfach mal Rü Ich versuche erst mal zu dir zu kommen Jetzt kann ich mir die Kamera hier wieder sehen Okay, freeze Ah, jetzt Komm mal, ich komme sogar wieder zurück Alter, mit dem Helikopter kann ich fliegen I'm coming Zumindest ist es ein Helikopter, mit dem wir auch wirklich fliegen können Ja, aber das ist voll geil AHHHHH Hey, okay, dieses weiße Ding Einfach reinsteigen, B drücken Hopps, das wollte ich rein Schlecht Dann muss ich erstmal weggehen Dann lass ich mal kurz nochmal eine Fahrzeuge Wenn es geht Kannst ja auch Achso, du mit dir Okay Habe ich dich wieder kaputt gemacht? Kurze Pause, bis es bloß zurück ist Ja, aber beim Oh, hä? Hä? Warum bin ich jetzt auf der Dessert mit? Was? Oh, okay So, weiter geht's Das Speed Ding da Was ist das überhaupt? So ein Landslider? Das ist Schlitten, der schnell geht Geh mal rein, drück mal ganz kurz Wobei, warte mal Nur kurz, ne? Ich will, ich will, dass wir Oh, siehste, das passiert mir nur kurz Ich möchte, dass wir beide gleichzeitig fahren können Okay, warte, das ist aber hier das Ding Warte, es geht ein bisschen nach vorne Porte dich doch einfach Oh Gott, Alter Porte dich Auf der Map einfach ein Stück nach vorne klicken Der ist kaputt bei mir jetzt Ja, bei mir auch Okay, warte Ich möchte nämlich nebenan Jetzt portet er dich wieder, Alter WTF? Habe ich ja durchsinnig Ja, Alter Lass mich doch auch mal jetzt hier einsteigen Hey! Steig einfach rein und drück weh, Alter Gebt's doch nicht Wobei, ich baue noch einen zweiten Sitz Ich fahre noch einen zweiten Sitz da dran Dann können wir beide da rein sitzen Warte mal Sitz, Sitz, Sitz Wo sind denn die? Und das ist Sitz Ich glaube, mir geht's nicht so gut hier Ich habe auch schon die Hälfte an den Teilen verloren Alter, diese Optik Was passiert hier bei 35.000 kmh? Oh Oh Okay, ich habe alle zwei Sitz Ich bin mal ausgestiegen Ich habe keine Ahnung, wo ich bin Ja, komm mal Ohne Fahrzeug Zum Spawn Ich habe eigentlich noch einen zweiten Sitz drauf Ohne Fahrzeug Also aussteigen Backspace Ja, siehst du Ja, genau Ich krieg den Schneider sitzt da oben Ja, Halleluja, Alter Aber das ist ja nicht gut Ohne Fahrzeug Ja, das geht voll No, wie geht's denn so rum? Die Frisur hält Oh Yes Okay I lost power Ja, aber gut Alter, wie schnell sind wir denn? Sehr schnell, gell? 16.000 km. Oh Gott, Alter. Der Videokodak wird sehr viel Spaß haben, wenn ich das Video rendere. Okay, jetzt bin ich irgendwo. Hä? Warum? Okay, ich fliege halt mit dem Stuhl jetzt einfach irgendwo. Ja, das war ja interessant. War super. Bruce, vielen Dank für diese Erfahrung, die wir den Zuschauern am Ende noch mitgeben konnten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten zwei weitere Videos verlinkt in der Endcard. Und jo, Dankeschön, Bruce. Denkt auch dran bei ihm in der Videobeschreibung. Seine Kanäle, Twitch und YouTube. Wir sind draußen. Das Ding gibt gar nicht Gas mehr, obwohl die Dinger ansehen solltet. Ah, jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss, Raketenfahrzeug. Macht's gut, wir sind draußen. Bye, bye. 你們 Freunde. Mut��. Tschüss. br